Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Euch ist bestimmt nicht entgangen, dass der Optimismus gegenüber Kryptos scheinbar zurück auf den Markt gekehrt ist. Die Gründe hierfür sind jedoch immer nicht immer erfreulich. Manche Anleger und Experten sind sich in diesem Zusammenhang einig, dass ein historischer Wirtschaftscrash früher oder später bevorsteht. Wir zeigen euch heute, was es genau mit dieser Vorhersage auf sich hat. Während Kryptowährungen nach wie vor einen enormen Mehrwert aufzeigen, sind die Beweggründe hierfür nicht immer positiv. Worauf man als Anleger besonders achten sollte und welche Meinungen gängige Krypto-Persönlichkeiten vertreten, präsentieren wir euch jetzt. Auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu bitte folgende Frage. Wie bist du gegenüber Bitcoin im Jahr 2022 eingestellt? Teile deine Meinung mit der Community und tausche dich mit gleichgesinnten Krypto-Fans aus. Nachdem Bitcoin seit der Erreichung des letzten Allzeithochs einem temporären Abwärtstrend gefolgt war, scheint der Frühling den Optimismus von Anlegern zurückzubringen. Ein Blick auf das Tageschart von TradingView verdeutlicht den aktuell eigentlich recht positiven Verlauf der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Hierbei kann Bitcoin zunehmend höhere Tiefpunkte aufweisen, was grundsätzlich, wenn auch auf kürtere Zeit gesehen, einen aktuellen Aufwärtstrend darstellt. Wie ihr bestimmt wisst, sind regelmäßige Schwankungen ein natürlicher Bestandteil des Kryptomarkts, weshalb man stets seinen Fokus auf eine längerfristige Perspektive legen sollte. Auch ein Blick auf das Wochenchart Bitcoins bestätigt diese Annahme eines generellen Aufwärtstrends recht gut. Während es sich in den letzten Monaten teilweise so angefühlt hatte, als würde der Kryptomarkt in einer Krise stecken, sprechen die Kursentwicklungen der größten Kryptowährung des Marktes eigentlich für sich. Nichtsdestotrotz gibt es bedauerlicherweise nicht nur Positives zu berichten. Obwohl der Kryptomarkt sich gerade erneut gestiegener Beliebtheit erfreut, gibt es erschreckende Entwicklungen, welche nachhaltige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben können. Neben der mehrjährigen Pandemie, welche wohl an niemandem spurenfrei vorbeigegangen ist, ist der Konflikt in der Ukraine aktuell ein Katalysator für immer mehr aufkommende wirtschaftliche Probleme. Um den Belastungen der Pandemie entgegenzuwirken, haben viele Länder großzügige Hilfspakete geschnürt und an Unternehmen wie auch Privatpersonen ausgeschüttet. Die Finanzierung dieser Unterstützung erfolgten in den meisten Fällen durch die Aufnahme neuer Schulden sowie durch das Drucken zusätzlichen Geldes. Insbesondere in den USA hat diese Strategie der exzessiven Geldausgabe der Zentralbank zu Rekordinflationswerten geführt. Nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten im Februar 2022 Daten zufolge bereits beinahe 8% beträgt, prognostizierten Experten, dass sich dieser Wert noch verschlechtern wird. Zeitgleich haben die Sanktionen einer Vielzahl westlicher Staaten gegen die russische Föderation eine Art Energiekrise ausgelöst. Dies ist darauf zurückzuführen, da neben generell gestiegenen Preisen für Öl und Gas nun ein Embargo gegen den größten Ölexporteur der Welt, Russland, ausgerufen wurde. Wie ihr bestimmt erahnen könnt, hat dieser Umstand in Verbindung mit der generell vorherrschenden inflationären Entwicklung diverser Währungen einen starken Einfluss auf die Kaufkraft und Wirtschaftsleistung vieler Länder. Spannenderweise ist jedoch gerade diese eigentlich kritische zu bewertende Wendung einer der stärksten Argumente für Kryptowährungen und dessen Mehrwert. Wie bereits in mehreren vergangenen Beiträgen thematisiert, sind Kryptowährungen im Vergleich zu Anlagen des traditionellen Finanzmarkts eine hervorragende Absicherung gegen inflationäre Entwicklungen. Während es sicherlich möglich ist, mit Wertpapieren mehrere Prozentpunkte an Renditen dieses Jahr einzuspielen, muss man sich stets die jeweilige Inflation im Hinterkopf behalten. Erwirtschaftet man hierbei zum Beispiel sieben Prozent an Rendite bei einer Inflation von 7,9 Prozent, verliert man am Ende trotz positiver Kursentwicklung 0,9 Prozent an Wert innerhalb dieses Jahres. Obwohl es selbstverständlich besser ist, sein frei verfügbares Geld in ein solches Investmentprodukt zu stecken, als es lediglich auf einem Girokonto zu halten, spiegelt es nicht ganz den Sinn von Geldanlagen wider. Gerade aus diesem Grund bieten Kryptowährungen eine leicht zugängliche Möglichkeit, sich aufgrund besonders hoher Renditen gegen inflationäre Entwicklungen zu schützen. Wie immer und wie wohl bei jedem Finanzinstrument gibt es Risiken, wobei der Mehrwert bei richtiger Durchführung und bedachten Portfolio- und Risikomanagement in der Regel überwiegt. In einem jüngsten Interview zwischen der bekannten Kryptopersönlichkeit Altcoin Daily, einem Geschwisterpaar aus der USA, und der Journalistin und Kryptoenthusiastin Natalie Brunel, wurde genau jenes Thema von einem womöglich bevorstehenden historischen Crash thematisiert. Natalie Brunel ist eine polnisch-amerikanische Medienpersönlichkeit, investigative Journalistin, Podcast-Moderatorin und Pädagogin. Sie ist Gastgeberin des Coin Stories Podcasts, in dem führende Köpfe der Bitcoin- und Wirtschaftswelt zu Wort kommen und ihre Perspektiven teilen können. Das besagte Interview dreht sich nun voll und ganz um eine womöglich bevorstehende Wirtschaftskrise, sowie ob gerade jetzt der Moment ist, um sich als Anleger mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Die Gründe für die Annahme eines bevorstehenden Crashs haben wir euch soeben erläutert, womit eigentlich nur die Frage offen bleibt, sollte man aktuell noch Bitcoin erstehen? Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung geht Natalie Brunel darauf ein, dass sie am eigenen Leib erfahren hat, dass der amerikanische Traum, mit harter Arbeit erfolgreich zu werden, zunehmend schwieriger wird. So nennt sie beispielsweise den Totalverlust des Vermögens ihrer Eltern durch die Wirtschaftskrise 2008-2009 als prägende Erfahrung, welche sie indirekt auf Kryptowährungen gebracht hat. Ein Grund für sie ist in diesem Zusammenhang, dass Zentralbanken über die Geldpolitik entscheiden und man als Individuum hierbei wenig Einfluss darauf hat, sondern lediglich Opfer der Konsequenzen von Wertverlusten wird. Gerade dieser grundlegende Fehler im Geldsystem ist ein Grund, weshalb sie zu 100% an Bitcoin- und Kryptotechnologie glaubt. Freiheit, Dezentralität sowie Zensurresistenz. Ein Punkt, welcher in ihren Augen jedoch weiterhin dafür sorgt, dass eine Adaption lediglich langsam voranschreitet, ist der Glaube daran, dass Fiat-Währungen aufgrund ihrer physischen Natur im Gegensatz zu digitalen Anlagen sicherer sind. Wer sich einerseits diesen Beitrag angehört hat und andererseits mit den Entwicklungen der Wirtschaft vertraut ist, wird bestätigen können, dass das leider nicht der Fall ist. Für die erfahrene Krypto-Journalistin stellt also die Einigkeit über den Mehrwert von Bitcoin und Co. einen der wichtigsten Elemente auf dem Weg zu einer wahrlichen Mainstream-Adaption von Kryptowährungen dar. Leute darüber aufzuklären, welche Fehler das traditionelle Geld- und Bankensystem hat, sowie die Möglichkeit, auch nur Teile eines Bitcoins zu kaufen und was es eigentlich bedeutet, zensurresistente Anlagen zu besitzen, sind für sie nur kleine Schritte auf dem Weg zu einem parabolischen Anstieg Bitcoins und des gesamten Kryptomarkts. Eine Bestätigung der bereits jetzt fortschreitenden Krypto-Adaption sieht sie in der Wende der amerikanischen Politik, sich zunehmend mit Kryptowährungen beschäftigen zu wollen. Im Angesicht eines US-Dollars, der neben stark inflationären Entwicklungen auch zunehmend seinen Status als Leitwährung der Welt verliert, ist diese Haltungsänderung ein logischer Schritt und war nur eine Frage der Zeit. In Bezug auf einen bevorstehenden Crash wiederholt die Journalistin und Kryptoinvestorin die bereits genannten Punkte und unterstreicht die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank, Geld in hohen Mengen zu drucken, als riesigen Fehler. Und vor allem, es werden noch schlimmere Auswirkungen in Zukunft erwartet. Wie ihr bestimmt wisst, gibt es einfach keine 100-prozentige Sicherheit auf Finanzmärkten, aber Frau Brunel meinte in ihrem jüngsten Interview mit absoluter Überzeugung, dass der Aufstieg Bitcoins zu Lasten des US-Dollars als Leitwährung geschehen wird. Spannenderweise deckt sich diese Vermutung mit der Meinung vieler Experten und erinnert sogar an den erst kürzlich von uns vorgestellten Bericht des Internationalen Währungsfonds über ein mögliches Abdanken des Dollars als Leitwährung der Weltwirtschaft. Abschließend sieht sie diesen Wechsel jedoch weniger als immanente Gefahr, sondern vielmehr als eine Chance für die Weltwirtschaft. Durch zunehmende Globalisierung und Digitalisierung wird sich die Weltwirtschaft nämlich neu ordnen. Ein letzter interessanter Punkt des Interviews ist die Sorge von Natalie Brunel, dass Kryptowährungen aktuell viel zu stark politisiert werden. Hierbei sieht sie Kryptowährungen als wahrliche Heilung eines in sich kaputten Finanz- und Bankensystems. Denn die kritischsten Stimmen gegenüber Krypto scheinen offensichtliches Lobbying für den traditionellen Finanzsektor zu betreiben. Welch eine Überraschung! Bei Bitcoin und Kryptowährungen gibt es hingegen keine Freunde oder Feinde, sondern lediglich Kryptohalter und Teilnehmer am Netzwerk. Wer hierbei wahrlich an finanzielle Freiheit glaubt, sollte ebenfalls an Kryptowährungen glauben, weshalb in ihren Augen eben jene eine strahlende Zukunft vor sich haben. Bezüglich einer Preisprognose für das Ende des Jahres zeigt sie sich mäßig bullisch und sieht Bitcoin dieses Jahr neue Allzeithöhen um die 80.000 US-Dollar erreichen. Was haltet ihr denn von dieser Prognose? Teilt eure Meinung in den Kommentaren und unterhaltet euch mit gleichgesinnten Kryptofans. Also stehen wir kurz vor einem historischen Crash? Nun, die in diesem Beitrag genannten Gründe sind definitiv ein Grund zur Sorge. Jeder Anleger sollte hierbei darauf bedacht sein, wie eigentlich immer, sich so gut wie möglich gegen Inflation und andere Risiken abzusichern. Seien es Kryptowährungen, Gold, Immobilien oder andere Anlagearten, ist es stets vorteilhaft, sein Vermögen risikogestreut zu verwalten, um im Falle eines Falles auf der sicheren Seite zu stehen. Natürlich kann niemand die Zukunft vorhersehen, weshalb auch die Prognose eines historischen Wirtschaftseinbruchs leichter gesagt als getan ist. Fakt ist jedenfalls, dass Bitcoin und Kryptowährungen ernstzunehmende Alternativen zu klassischen Fiat-Währungen darstellen. Insbesondere im Angesicht einer Leitwährung wie dem US-Dollar, welche seit der Entkoppelung von Gold sowie dem Aufkommen neuer Wirtschaftsmächte weltweit stark an Einfluss verloren hat. Angenommen, Bitcoin ist hierbei eine neue Leitwährung für eine globalere, digitalere Weltwirtschaft der Zukunft, ist auch jetzt noch ein guter Zeitpunkt, sich mit der größten Kryptowährung des Marktes auseinanderzusetzen. Ein Aspekt, der sicherlich auch eine große Rolle spielt, ist das Risikoprofil und die Absichten eines jeden Anlegers. Will man hierbei auf längere Zeit einen digitalen Anlagewert kaufen und halten, bietet Bitcoin eine der, wenn nicht sogar die Entscheidung des Marktes dar. Ist man andererseits auf der Suche nach äußerst raschen und riskanten Investmentmöglichkeiten, sollte man sich wohl eher nach deutlich kleineren Projekten umsehen. Wie immer sind Risiko und Ertrag diesbezüglich aneinandergekoppelt und man wird selten das eine ohne dem anderen finden. Also bleibt smart und haltet euch stets an die Grundregeln bedachten Investierens. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wie immer halten wir fest. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob einerseits der größte Crash der Geschichte bevorstehen könnte und andererseits gerade jetzt die Zeit ist, um sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Es passiert wie immer einiges auf der Welt und neben inflationären Entwicklungen in den meisten Ländern laufen die Sanktionen gegen Russland Gefahr, eine weitgehende Energie- und Nahrungsmittelkrise auszulösen. Nichtsdestotrotz bieten Kryptowährungen gerade jetzt eine ernstzunehmende Alternative. In diesem Zusammenhang haben wir euch ein jüngstes Interview zwischen Altcoin Daily und Journalistin Natalie Brunel nähergebracht, in welcher die Krypto-Enthusiastin davon überzeugt ist, dass Bitcoin den US-Dollar in absehbarer Zeit als Leitwährung ablösen könnte. Abschließend zeigt sie sich, wie wir auch, äußerst optimistisch gegenüber der langfristigen Entwicklung Bitcoins und der wahrlichen Idee hinter Blockchain-Technologie, einen freien und zensurresistenten Markt zu schaffen. Wie immer, wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns gerne einen Kommentar.